Weitsichtig und das große Ganze im Blick, doch gelegentlich auch recht überschwänglich, ohne Grenzen und unterschiedslos alles in einen Topf werfend? Hast du diese Schützequalitäten? Kennst du Menschen in deinem Umfeld, die so sind? Was es mit dem Sternzeichen Schütze auf sich hat und welche Bedeutung ihm im Horoskop zukommt? Welche grundlegenden Merkmale uns die kabbalistische Astrologie dazu offenbart? All dies zeigen wir dir in diesem Video. Und zum Schluss fassen wir dir alle Inhalte, die du zum Verständnis des Tierkreiszeichens Schütze wissen solltest, übersichtlich zusammen. Brotherhood of the Eternal Light Ausbildung in den westlichen Mysterien Sagittarius, das Sternzeichen Schütze Der Jupiter regiert weisheitsvoll im Schützen und will durch Geisteskraft der ganzen Menschheit nützen. Das astrologische Symbol des Schützen zeigt einen Pfeil und ein Stück eines Bogens. Der Schütze ist ein Feuerzeichen. Seine Qualität ist beweglich. Es wird gelegentlich auch als veränderlich bezeichnet. Die Sonne durchläuft das Tierkreiszeichen Schütze vom 21. oder 22. November bis zum 20. oder 21. Dezember. Der Herbst neigt sich seinem Ende zu und wir befinden uns am Übergang zur Winterzeit. Es beginnt eine Zeit der Entbehrung und der Hoffnung auf eine Wiederkehr der lichtvolleren Zeit. Dieser Wunsch findet mit der Wintersonnenwende schließlich auch ihre Erfüllung. Dann findet die dunklere Jahreszeit schließlich ihr Ende und die Tage werden endlich wieder länger. Der Schütze repräsentiert insofern die Suche nach den größeren Zusammenhängen. Er ist geprägt von geistigem Interesse und Streben in Zeiten, in denen es Entbehrung gibt. Und der Herrscher des Schützen, Jupiter, verspricht Glück am Ende des Dunkels, wie ein Licht am Ende des Tunnels. Wie eine Fackel, die als Zeichen des Lichtes durch die Welt getragen wird, kommt hier die bewegliche Qualität des Feuerelements in ihrer vergeistigten Form zum Ausdruck. Oder wie ein leuchtender Pfeil, der als ein Zeichen des geistigen Interesses hoch in den Himmel geschossen wird. So zeigt sich die bewegliche Qualität des Feuerelements im Ideal des Schützens, das in ganzheitlichem, geistigem Streben besteht. Das Problem kann dabei in Gleichmacherei bestehen. Da, wo nach einem größeren Zusammenhang gesucht wird, verschwimmen die vielen Details womöglich unterschiedslos in der übergeordneten Betrachtung. Dem Schützen entspricht das neunte Haus. Dies ist der Lebensbereich der geistigen Interessen an anderen Gruppen und Philosophien und auch der fernen Reisen. Traditionell ist das neunte Haus auch das Haus der Lehrer. Kabbalistische Grundbedeutung Der Schütze steht mit dem 14. Tarotrumpf, die Kunst, die auch als Mäßigung bezeichnet wird, in Verbindung. Bei dieser Karte geht es vor allem um ein richtiges Mischungsverhältnis der verschiedenen Kräfte. Das Ideal des Schützen, das ganzheitliche geistige Streben, kann als ein Ideal für den Ausdruck dieser Zeitqualität gesehen werden. Der Schütze ist zudem dem 25. Pfad zugeordnet, der die Sephiroth, Tiferet und Jezoth miteinander verbindet. Mythologie zum Sternzeichen Schütze Die Mythologie zum Sternbild des Schützens ist bereits im alten Sumerien besonders mit Mischwesen verbunden, die teils menschliche, teils tierische Merkmale besitzen, sowie Pfeil und Bogen tragen. In der Mythologie Griechenlands finden wir die Kentauren. Sie werden als gute Bogenschützen beschrieben. Der wohl bekannteste Kentaur war Chiron, ein weiser Heiler und Mentor von Herakles. Kentauren sind Wesen halb Mensch, halb Pferd, die für eine Verbindung aus der triebhaften und unbewussten Seite und der geistig-verstandesmäßigen bewussten Seite stehen. Diese Symbolik finden wir auch in der Kabbalah in den Seelenbegriffen von Ruach und Nefesh und dem symbolischen Ausdruck dieser Verbindung, durch den dem Schützen zugeordneten Tarot-Trumpf die Kunst, der zum 25. Pfad gehört und der Desiphiroth Tiferet, die auch für das Bewusstsein steht, und Jezoth, die das Unterbewusstsein repräsentiert, verbindet. Eine weitere mythologische Erzählung berichtet vom Saturn Krothos bzw. Kroton. Er ist der Sohn vom ziegengestaltigen Gott Pan und der Eupheme, einer Nymphe. Er ist ebenfalls ein Mischwesen, bestehend aus menschlichen und tierischen Merkmalen. Er gilt als der Erfinder des Bogenschießens, der sich gern in der Gesellschaft von Musen befand und die kreativen Künste liebte. Der Sage nach wurde er durch Bitten der Musen von Zeus schließlich als Sternbildschütze an den Himmel versetzt. Die Würden beim Schützezeichen Der Schütze ist das Domizil des Jupiters, dem Planeten, der für unser Weltbild und die daraus abgeleiteten Moral- und Wertvorstellungen sowie auch für Großzügigkeit steht. Das spirituelle Prinzip am kabbalistischen Baum des Lebens, das Jupiter zugrunde liegt, ist die Sefirah Chesed. Chesed stellt das Prinzip der Güte und Ordnung dar. Die Kraft Jupiters kann sich im Schützen optimal ausdrücken, denn hier können sich seine moralischen Werte weitsichtig und umfassend entwickeln. Der Schütze ist das Exil des Merkurs, dem Planeten, bei dem es um Geistesklarheit und Kommunikation geht. Das spirituelle Prinzip am kabbalistischen Baum des Lebens, das Merkur zugrunde liegt, ist die Sefirah Hod. Hod stellt das Prinzip des analytischen Denkens dar. Die Kraft Merkurs kann sich im ganzheitlich orientierten Schützen nicht adäquat entfalten. Die strukturierte und analytische Denkweise verliert sich im großen Ganzen, wenn es darum geht, alles als eine Einheit zu betrachten. Im Schützen steht kein Planet in Erhöhung oder im Pfeil. Wenn Du mehr über die Zusammenhänge von Kabbalah, Astrologie, Tarot und weiteren Mysterien lernen möchtest, besuche doch einfach unsere Online-Kurse oder informiere Dich über unsere Workshops dazu. Und hier kurz alle wichtigen astrologischen Bedeutungen zum Sternzeichen Schütze auf einen Blick. Der Schütze wird auch Sagittarius genannt und sein astrologisches Symbol zeigt im Wesentlichen einen Pfeil sowie einen Teil eines Bogens. Die Sonne durchläuft das Tierkreiszeichen Schütze vom 21. oder 22. November bis zum 20. oder 21. Dezember. Sein Element ist Feuer von beweglicher Qualität. Wir nennen es auch veränderliches Zeichen. Das 9. Haus ist dem Sternzeichen Schütze zugeordnet. Das 9. Haus umfasst die Bereiche des geistigen Interesses an anderen Gruppen und Philosophien sowie ferne Reisen. Das Ideal des Schützen besteht in ganzheitlichem, geistigen Streben. Das Problem des Schützen ist Gleichmacherei. Im Schützen herrscht Jupiter und im Exil steht Merkur. Gibt keine Erhöhung und keinen Fall. Du bist im Zeitraum 21. oder 22. November bis zum 20. oder 21. Dezember geboren? Befinden sich verschiedene Planeten in Deinem Horoskop im Schützen oder im 9. Haus? Wie wirken sich diese Konstellationen bei Dir aus? Vielleicht kennst Du ja auch jemanden, der viele Planeten im Schützen hat und die Eigenschaften dieses Tierkreiszeichens deutlich verkörpert. Berichte uns von Deinen Erfahrungen in den Kommentaren. Wenn Du mehr über Dein Horoskop herausfinden willst und die Astrologie von Grund auf lernen möchtest oder Deine Astrologiekenntnisse durch die kabbalistische Astrologie erweitern und vertiefen willst, kannst Du sowohl unser Online-Angebot wahrnehmen, als auch zu unseren regelmäßig stattfindenden Workshops kommen. Die Links findest Du in der Videobeschreibung. Wir freuen uns über Dein Like und falls noch nicht geschehen, abonniere jetzt direkt unseren Kanal. Um kein neues Video zu verpassen, aktiviere am besten auch die Glocke. Bis bald beim nächsten Video dieser Reihe zu den Sternzeichen.